oh nein das ist wieder sieht da aus wie eine sackgasse das heißt nein da ist ich glaube da möchte ich nicht unbedingt hingehen was passiert jetzt was passiert ist was passiert was passiert was passiert kommt da irgendwas auf einmal sitzt war das unser kind wer hat ein fährt ein fenster im haus zu einem anderen flur nein ist doch nicht wahr warte warte es tut mir leid warte okay vielleicht muss ich einfach schneller sein warte noch mal hallo das tut mir leid das war ein schönes geräusch es war doch nicht so schön es tut mir leid es ist also es ist ja ein bisschen lustig ist es schon aber eigentlich ja nicht okay ich habe nichts gesagt ist nichts gesagt komm her ich puste auch einmal warum ist es da schon wieder rot richtig gut gemacht okay okay na klar mach die tür auf verdammte scheiße mach die tür auf mich reizt es schon zum fenster hin zu gehen aber irgendwie auch nicht wie niedlich bloß ich habe bei diesen fenstern ich gehe mal schnell wieder weg weil ich habe bei diesen fenstern immer die befürchtung dass dort ein jumpscare wartet oh ist das ist das das kind das ist das kind hast du dir weh getan Oh nein das ist Nein es tut mir leid es tut mir leid es tut mir leid es ist du siehst sie Nein! 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 Ich sterbe! Oh! Okay, wir haben eine Tochter gehabt. Okay, wir haben also eine Puppe zerstört. Immerhin wollte er eine neue kaufen. Ähm, jetzt schmilzt schon wieder diese blöde Tür da weg. Das ist der letzte Mal auch kein gutes Gezeichen gewesen. Und diese Parfümflasche hier... ...ebenso nicht. Ich träumte, er kam zu mir. Er erfreut mich. Er liebt mich. Wie er damals gemacht hat. Aber... Wir beide wissen, dass, während ich meinen schulden kleinen Traum träumte... ... es war dir. Es war dir, was er wirklich lüsste. Haben wir auch eine Affäre gehabt? Ach du Schande. Schande. Das sieht krass aus. Oh! Mach die Tür zu! Ich komm hier nicht weiter! Ich komm hier nicht weiter! Ich will doch nur die Tür zu machen und ich komm hier nicht weiter! Oh nein! Bin ich schon tot? Umdrehen ist jetzt wahrer Selbstmord. Aber was soll man machen? Manchmal muss ein Mann tun, was ein Mann tun muss. Oh, es steht nichts da. Gott sei Dank steht nichts da. Das hat sich angehört wie ein Monster. Wie ein verfluchtes Monster. Oh, oh! Was zum... Müssen wir da jetzt lang? Ich möchte da ungern lang gehen. Das gebe ich ganz offen zu. Aber... Okay, natürlich ist hier die Tür abgeschlossen. Von wo kam denn das jetzt? Ich möchte... Ich möchte in die Tür reingeben, wo das nicht herkam. Ich hoffe es kam hier raus. Ja, gib auf, wie immer. Okay, ist sehr, sehr, äh... Sanierungsbedürftig hier. Okay, hier scheint nichts drin zu sein. Und hier ist abgeschlossen. Was? Das ist schon wieder so ein Geräusch. Als ob hier schon gleich wieder irgendwas passiert. Schöne Tür. Das ist das Kinderzimmer, ne? Hier geht es echt ab drin. Disco würde ich mal sagen. Aber hier ist es wenigstens etwas hell. Ah, Mann. Okay, wir drehen einfach dran. Auch wenn ich... Wenn ich die Befürchtung habe, dass das keine gute Idee ist. Was? War das jetzt... Ah, das ist die... Das war doch aber auch nicht die richtige Richtung, oder? Okay, wir gehen einfach mal. Ähm... 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 Ich möchte ja nichts sagen. Aber warum rollt da jetzt ein Ball lang? Da ist abgeschlossen. Wir müssen, glaube ich... Hm, okay. Oder habe ich den hier weggeschossen? Flauschige Fälscher lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen. Kein Spielzeug erlaubt. Oh, hier ist noch ein... Jetzt haben wir eine Schere aufgenommen. Ach, hier ist auch... Ach so, da hatte ich ja schon geguckt. Ach, mit der Sch... Ach nee, das ist die... Dieses Zeil für die Spieluhr, dieses zum Drehen. Ach, wie schön. Ach, doch nicht. Wie schön. Wie unheimlich. Und das Licht hat sich geändert. Ins Rote. Und ich würde gerne dagegen steuern und dann natürlich kommt der Clown jetzt raus. Ich möchte hier gar nicht rumfahren, weil ich gleich Sachen sehen werde. Bestimmt die... Ja... Okay, es geht schon los. Es geht ja voll ab, das Fenster. Was zum... Was war das denn? Okay, da war die Welt noch in Ordnung. Da war Mama im Rollstuhl. Da wurde Papa böse. Still, kleine Schätzchen. Die Nacht ist kahl. Was? Oh nein. Sterne erlöschen. Es dunkelt auf einmal. Ja, die Welt wird immer schlimmer. Oh, komm bitte nicht näher. Mama kam das Abend... Mama kam das Abend und deckte mich zu. Oh, jetzt muss ich gleich... Ich möchte gleich nicht hingucken. Nun ist sie nirgends. Nicht finden kannst sie du. Das ist jetzt aus Sicht des Babys hier. Natürlich. Ist abgeschlossen? Wieso ist das denn abgeschlossen? Ich möchte wieder raus. Was liegt da jetzt? Das sind Haare, ne? Ist das vielleicht der Zopf von, von, von... Das ist doch bestimmt der Zopf von unserem Baby, von unserem Kind. Wie grausam ist das denn? Der hat... Der hat... Der hat aus den Haaren einen Pinsel gemacht. Was? Der hat aus unseren Haaren... Der hat aus dem Haaren seines Kindes einen Pinsel gemacht. Und hier ist auch wieder unsere... Unsere Werkstatt. Was ist das bloß für einer? Das müssen wir da mit unserem Bild weitermalen. Was ist das bloß für einer? Was ist das? Ja, das Gemälde nimmt langsam Form an. Genau. Okay. Verschwunden. Also es verdichteten sich immer mehr die Hinweise, wobei das wusste man eigentlich ja schon recht schnell, dass es ein ziemlich kranker Kopf hier ist. Scheinbar. Scheinbar. Mal gucken. Ich lass mich mal überraschen. Wir brauchen... Wir brauchen scheinbar noch zwei... Noch zwei... Ich sag mal Zutaten, um unser Bild hier zu vervollständigen. Toll. Na gut. Auf geht's.